Was? Kein Kommentar? Okay. Ach, das ist ein Let's Play ohne Kommentare. Oh Gott, da müssen wir nochmal neu anfangen. Wir haben viel zu fies gequatscht. So, aber da sind wir wieder bei Hellblade. So, und wir müssen noch das letzte Zeichen, äh, ne? Müssen wir noch irgendwie hier. Hatten wir das nicht schon? Ja, da hinten, aber auf der falschen Seite. Achso, das war auf der falschen Seite und hier kommen wir nicht durch. Naja, du musst quasi in die Mitte drauf gehen. Du musst in die dunkle Welt. In die dunkle Welt. Dann, denke ich mal, ist hinten das Tor offen. Und du kannst den einen Steg noch runterlegen. Okay. You owe everything to him. Na ja. Das war jetzt zumindest mein Kampfplan. Kampfplan. Also hier kann man denn hier... Ja, kann man. Wir haben ja Tür schön aufgemacht. So, dann machen wir hier auf. Oder runter viel mehr. Kann ich auch machen. Dann aber wieder zurück, ne? Quatsch, wir haben hier nix kaputt gemacht. Damit haben wir alle, oder? Ja. 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 Könnt man rein durch das Tor aufmachen. Aber du musst in die alte, weil das Tor da unten ist ohne Maske. Und das ist auch ne Maske. Und das ist auch ne Maske. Und das ist auch ne Maske. Ja. Weil das Tor zu ist sonst. Stimmt. So. Wir fühlen uns ja sowieso in der dunklen Welt. Heimischer. Haben wir festgestellt. Oha. Also ich bin immer noch davon überzeugt, das ist er nicht. Jetzt kannst du ruhig runterfallen, nütten ist ja Wasser. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch sieht. Oha. Dann komme ich noch ein paar Schmerzen. Ich bin noch ein paar Schmerzen. Ich bin noch ein paar Schmerzen. Yay. Willkommen in meiner Hand. Oh. Ist nicht so schlimm. Der Gerbi hat gesagt, da unten ist Wasser. Ja, die kann da... Die wird da beschwimmen können. Die soll sich mal nicht zu haben. Senua. Ihr Vater kann nicht verstehen deine Schmerzen. Er kann nicht sehen durch deine Augen. Niemand kann. Mein Vater war blind. Das ist nicht der fainteste Ideen. Die Worte Schmerz hier bedeutet wenigstens die Worte. Wenn jemand Angst ist, der Schmerz. So we fixed them by taking away their sight. But you give up the beautiful world. You and only you can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my house. Just another part of the person I love you. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. I'm so sorry. Die ist nach Hause where they want your soul. They want you to take your soul. And they're going to take his memory. They are going to take his memory. They are going to take his memory. They are not going to destroy the world. Weiß man ja nicht. Wer ist ja gerade am Strand, bis 77 umbauen. Will gar nicht zurück. Trägt eine Pina Colado. Und denkt sich so, Gott sei Dank bin ich die Psycho-Altelos. Die Storys der Nordmenn zu dir, Senua. Wo bin ich? Ich kann nicht sein. Warte mal nicht rein. Wer ist da? Kannst du mich hören? Ich bin gerade hier. Kannst du mich sehen? Hilf mir. Warte lang. Bleib still. Entschuldigung. Nun, wo soll ich denn hingehen, wenn ich nichts sehe? Warte. Sie sagte ja Luftzug, also gehe ich jetzt mal da, wo ich die Tür vermute. Ich bin noch hier. Es ist so kalt. Es ist so dark. Es ist okay. Hör auf deinen eigenen Rücken. Hier kannst du natürlich sehr gut so ein Steinchen übersehen. Ja. Ich wette mit dir, das werden wir auch. Tropf, tropf. Ich höre Feuer. Ich kann nicht weitergehen. Lilian? Find einen Weg. Ich werde dich nicht hier verlassen. Das war also der falsche Weg, oder? Aber du kannst... Ja, doch. Komm rechts jetzt rum. Das knistert es doch. Komm zurück. Ist er das da? Da. Wow. Das Feuer strahlt zwei Zentimeter breit, oder was? Da geht's doch noch rein, bei dem zweiten Feuer. Oh, hier? Stopp, bleib mal stehen. Drehen wir nach rechts, drehen wir nach rechts. Lässt du da ein kleines Stück vor? Oder ist das die gleiche Tür? Bin ich mir nicht sicher? Frechste Sonne ausgewiesen, ne? Das ist eine Frage, wo wir herkommen. Aber ich glaube schon, dass wir dem Feuer folgen müssen. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich hier komme. Ah, hinter die Tür müssen wir ja auch. Also doch links rum. Ne, jetzt rechts rum. Ah, da lang wieder. Rechts. Wenn du fokussierst, dann siehst du wieder ein bisschen mehr. Drehen wir nach rechts weiter. Ja, da. Wollen wir nochmal Fokus? Ja, bin ich. Bin ich drinnen. Da, hinter. Hier so. Hm. Okay, ich würde sagen, rechts. Ah, hier ist doch was wie ein Steg, glaube ich. Dürfen wir jetzt draußen irgendwo am Strand sein, oder? Hm. Scheint so irgendwo im Bus auf jeden Fall. Ja, follow my voice, echt. Ja, follow my voice, echt. Hey, come back. Hi. Do you hear me? Das mit den Taschen. Move, move. Gehaut doch ein Dillieren bestimmt, ne? Ja, naja. It's reached the water. Good. That's your way around. Follow it upstream. Hier lang? Ich bin so sorry. Ich dachte, ich habe das alles hinterlassen. Ich bin so sorry. Ich muss dann dem Wasser folgen. Er ist so unter dem Links. Er war richtig. Es ist in mir. Es wird mir nicht gehen lassen. Senoran. Mein Vater. Er hat mir gezeigt, dass die schwersten Krieg in der Minde kämpft. Nicht die Sorge. Aber kein Coward. Er hat mir das in den Warrior Trials gegeben. Das ist nur noch ein Krieg. Du kannst ihn. Das ist nicht so gut. Du musst ihn nicht helfen. Ich will. Besonders. Du wirst ein großartiger Warrior sein. Wir brauchen Menschen wie dich. Die brauchen so verrückte wie die. Ja. Jetzt ist der Club der Feuer gestorben. Ich weiß, was du denkst. Wir haben garantiert sich tausend Steine untersehen. Bestimmt. Wir gehen rechts hier. Hier ist Kehlstein. Hier ist Kehlstein. Dann schau dir einen anderen Weg und erzähl mir, wie du ihn findest. Es ist ein Haus. Was? Okay, aber das ist eigentlich relativ straight gehalten. Also du kannst gar nicht groß irgendwo anders hin. Denk ich. Ja, klar. Du siehst doch nicht. Wenn du einen Open Vault hättest, dann wird's dann größeren. Denk ich. Zu meinem Teil. Achso, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht. Das Prinzip. Na gut. Guck am besten mal unten. Ja. Ja. Okay, scheint hinter mir jetzt zu sein. Und da scheint es rauszugehen. Ich muss sagen, das ist schon ein interessantes Feeling, wenn du so gut wie gar nichts siehst und dich dann so vortasten musst. Halt nur so helle Flecken und so. Also echt gut gemacht. Jetzt zieht er durch Quasi. Hm, okay. Okay, aber auch nicht. Also sollte ich doch lieber im Dunklen bleiben oder was? Ja, war vielleicht besser, wenn du die siehst, sehen sie dich auch. Also wäre es ja sinnvoller, wenn man in der Dunklen Region bleibt. Ja, halte ich mich mal so ein bisschen hier abseits. Soweit es geht halt. So, hier geht es wohl rein. Okay, ich bleib mal wieder hier an der Wand so ein bisschen. Oh Gott, auch noch balancieren. Da will ich mich doch verarschen. Und heute sind die Viecher. Schön, danke. Es hilft mir. Ich will nach links. Oder einfach mal gucken, was passiert, wenn man noch wird. Ja, nun. Hat es ein bisschen das Gleichgewicht verloren. So, wo bin ich denn jetzt? Achso, wieder am Anfang von dem Haus. Es ist so weit zurückgesetzt. Die ist gar nicht hier schon, glaube ich, der Balken. Na ja, ja. Guck mal, wenn ich das fokussiere, kann ich das vielleicht besser sehen. Ja, wir können sich durch das Teuer, ne? Ja. Das ist der Nachteil. Das ist wie, als wenn man über was Unsichtbares balanciert. Okay. No business, no. Kido. Okay. Okay. Soll ich in den Brunnen reinspringen oder was? Tatsächlich Na ja gut Ach, auf einmal kann es ins Wasser springen oder was? Wird du uns verarschen oder was? Okay, hier sind wieder Viecher Sind das alles Viecher? Ne, da sind Bäume Menschen Warte, da ist auch noch eins Das Wasser da steht in der Blut Schwierig zu sagen Mein Licht ist weg Ah, hier Oh Dillian Ist das du? Ich kann eine Licht Ja Das ist der Mond Ich kann dich auch Soll ich einfach aufs Licht zu gehen oder? Ja, andere war es doch nicht Jetzt ist Licht weg Okay Tut's mehr Da ist es wieder So, das sind Steine im Weg gewesen Ja Fliege dem Licht Ja, ich versuch das Oh, ich kann doch rennen Ich dachte, ich könnte nicht rennen Sollte, dass du dich wieder stolperst Ja, ich kann dich Ja, ich kann dich Wenn ich sie weggekommen habe, kann sie überall sein. Ich habe keine Ahnung, wie sie dort kam. Wenn es für mich kommt, habe ich keine Macht über ihn. Aber hier, für den ersten Mal, jemand war da, um zu helfen. Aber ich hörte deine Sprache. Du hast mich zurückgebracht. Du hast dein eigen Weg zurückgebracht. All you needed was a little help. A little hope. A little hope? Mhm. Der hat auch Little Hope gespielt. So, das müsste aber jetzt der letzte Stein gewesen sein, oder? Ja, das waren vier Stück, genau. Ja, genau. Also könnten wir uns jetzt rein theoretisch umschauen, und dann hoffen, dass wir noch die anderen zwei Steine besuchen. Ja. So laufen. Ja, zum Baum. Aber ich dachte, wir wollen uns umgucken. Deshalb laufe ich jetzt gerade wieder zurück, oder? Ach so. Oh. Oder sollen wir direkt zum Baum? Aber das kann ja nicht sein, weil die sind ja der Reihenfolge nach, und die letzten RRs haben wir ja am Wasser gefunden, also... Ach so. Können die ja nicht hier hinten sein. Okay. Ja, stimmt. So müssen die ja schon ein bisschen weiter vorne sein, oder weiter... dann in Richtung... weiter halt. In Richtung weiter, also. Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Nische vielleicht noch, wo wir nicht geguckt haben. Das war ja so ein blauer. Den am Strand hatten wir auf jeden Fall. Sprechlingel. Ist hier aber auch keine mehr. Den hattest du, ist ein R. jetzt ja viel weiter darf ich hier nicht jetzt nix mehr so nicht wo es dann weiter geht vielleicht öffnet sich dann irgendwo eine tor oder irgendein portal felsen hier vom bergfeld runter und dann ist da ein neuer weg ist ja alles nicht also gehen wir doch in baum und holen uns das schwertilein darf ich Klar, die ganzen Prüfungen für das Schwert haben wir gemeistert und jetzt auch nö, doch nicht. Dillian. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Na, glaube ich eigentlich nicht, dass sie das war. Man redet ihr das ein, weil sie halt ein bisschen verrückt ist. Achso, das war ja... Oh, da ist ich schnell. Ja, da hast du jetzt so lange... Du musstest ja jetzt lange schleichen und so. Uh-huh. Focus on us! Speed run away. Go! Hm. Okay. Ja. Was steht jetzt im Beindruck da? Nein! Sch! In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Hello! I just called an Argoni. Really? I had to be more than the evil window. Argoni, where the window is the same. Yeah. It was a wonderful game. You'd like to remember back to it. Unbedingt. A tip for everyone who is watching. Argoni. We have to say, it's a secret tip from Ki. Unbedingt weiter sagen. Geheim kipp von Ki, Argoni. Yeah. Look at what you have done to them. All the curse you were empowered because you bow from the curse instead of facing it. When you turn your back on your father, Zinbal, you turn your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Behind you! Why must they pay for your heresy? Behind you! Behind you! Behind you! Behind you! Behind you! Behind you! For me. Did you not miss anyone yet? Snap from to there. I should not miss him! Wie, wie, wie. Ente, 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 ente. Hier ist es... Ich bin nicht konzentriert hier. Ich bin nicht raus. Ach, nein. So, ich fall hier gleich mit vorm Stuhl, weil ich mich immer weiter nach links drehe. So, du hast die PS4 keine Kolben mehr gehabt. Oh, hat die nicht gesagt, nearly the end? Das ist der, den du nicht blocken kannst. Oh, ja. Oh, voll auf die Rübe. Einwandfrei. Der Typ kriegt fünf Punkte. Ich habe versucht auszuweichen, aber. Aber da war gut. Da war steht voll auf die Birne drauf. Einwandfrei. Oh, wir sind fast oben. Och, nee, ne? Ganz von vorne. Willst du mich verarschen? So kurz vorm Ende, zack, tot, ist gelöscht. Ey, muss ich jetzt echt alle nochmal machen? Ja. Oh, scheiße. Siehst du, die blöckst heute mollisch. Mhm, macht's gut. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, siehst du, das ist aber schuld. Ja, ja. Es geht noch lauter, es geht noch lauter. Na kurz, schau mal, Mädel. Steh auf. Steh auf. Die verletzter die ist, umso langsamer schlägt die, Aldoro. Mhm. Das hat sich erholt. Ja, klopf doch mal. Ich will erst einen von euch drücken, bitte. Denk dran, ausweichen, nicht blocken. Oh, shit. Geh weg, geh weg, geh weg, Mädel. Es ist nicht vorbei! Nein! Ich schaue den Anscherfraisen! Ja komm her, komm her, komm her Ich hab grad einen Fokus Du kannst auch hinrennen und dann mit Viereck machen Dann springt die so in den Reihen und sticht zu Vorsicht Oh, nicht schon wieder Komm, jetzt reicht aber mit euch hier Jetzt geizen sie nicht mit den Gegner Jetzt hauen sie ganz schön rein Alles was noch übrig gewesen ist auf dem Speicheramt Ich dachte, komm noch ein paar Gegner Da geht noch was Da geht noch was, da hatten wir auch noch einen Guck mal, hier haben wir noch Platz Da ist noch Platz und hier ist noch Platz Hau rein, hau rein Boah, ich kann nicht mehr, ey Mein Controller flutscht mir schon gleich aus der Hand Nein, ich geh sie ja nicht ab Ist Fokus Kann ich nicht Geht nicht Boah, Leute Echt Halleluja Die Kleidung War hier die richtige Richtung, oder? Geht einfach mal so lange, wo es rausgeht Ach Ich bin so auf den Kreis gedreht, weil soll ich nicht wissen, wo der kommt Ja, entschuldige Ich dachte, du passt ein bisschen auf, wenn du schon nicht kämpfen musst Das ist wie, machen wir am Pumpkreis in Sachen, wo vorne ist Ja Mama Ich brauche dich Hilf mir Mama Ich brauche dich Ich bin so Ich bin so Ich hab das Gefühl, ich bin schon wieder... Oh ne, auch Leute! Ganz ehrlich! Ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass du das schon mal wirst. Oh, das ist ein Neuer, da hat zwei Äxte. Schön für ihn. Das ist ja der Boss. Da ist nur Rauch. Na komm schon. Oh man! Leute! Das ist aber jetzt hier ein bisschen schwierig. Ja, ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ey, mal ganz ehrlich, was ist denn jetzt hier kaputt? Das sind doch nur drei, ey. Das ist doof. Ey, lass mich doch aufstehen! Die drei kleinen Tierchen. Ey, wenn ich jetzt wieder ganz von vorne mache, ne? Näh. Näh. Näh, ne? Das ist jetzt nicht dein... Näh. Nein, das ist schon ganz von vorne. Stopp! Das haut aber ordentlich zu. Und jetzt gleich rot bist. Und dann einmal zu kloppt. Das ist schon ordentlich. Komm schon, roll dich weg, roll dich weg, Mädel. Komm schon, roll dich weg, roll dich weg, Mädel. Komm schon, roll dich weg, roll dich weg, Mädel. Oh, Leute, echt jetzt mal. Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben jetzt. It's not over. Sich selber. Ja, sie ist da. Ja, sie ist da. Ja, sie stirbt. Ja, genau. Renn! Ja, geht nicht! Ah, doch. Jetzt... Sag, siehst du das? Stich dir so komisch zu. Fickt auf die Fresse von den Warnert. Ja, die hätten ja mal sagen können, äh, hier, behind you. Die right. Da rechts. So, klar jetzt. Waren wir denn jetzt so einen komischen Quallenbolzen? Kannst du das verstehen? Nein, ich, äh, weiß nicht. Ich bin fast. Es ist ja so ein komisch, Mann. Ich bin und ich bin und immer mit... Waren wir denn am besten mal zu. Ja, ich bin da mal von dir? Ja. Wir haben die Warnert. Ja, die hat es mal gesagt. Sie hat es aber gesagt. Ich habe auch genau in dem Moment, wo sie es gesagt hat, gedrückt. Ja, aber wenn du gerade vorne einen abgeblockt hast, musst du die erste Schwert wieder hochnehmen, wo du siehst, in dem Moment. Ja, wie soll ich das dann machen? Ja, das ist es ja. Das geht nicht. Oder dann wirklich blocken und gleich wegrollen und sowas auch. Wenn du merkst, dass du geblockt hast. Boah, tritt mich doch nicht immer blöd, Mann. Ich glaube, du hast jetzt gerade die Brüner. Ja, ich fokuse ja schon. Die Stimmen nerven mich hier. Komisch vorhin, dass du gesagt hast, das macht eine schöne Atmosphäre. Jetzt nerven sie auf einmal. Ja, aber doch nicht im Kampf. Ja, spül dein Blut. Brenn doch. Ihr ist verletzt. Ihr ist verletzt. Komm, wie lange noch die schlägt. Du sollst dich mal ein bisschen bemühen. Naja, aber tut mir leid, das ist... Du bist ein Dumb Rider, weißt du, die aus... vom Berg runter fällt, durch die Baumdecken segelt. Tut mir leid, das ist aber ein bisschen zu heavy jetzt für das Spiel. Also wirklich. Also vorher da so rumgeplänkelt, weißt du? Und jetzt kriegst du die ganze Zeit einen auf den Nuss. Mir tun schon die Finger weh. So, fünf Minuten noch. Wenn das nicht geht, dann muss der Garry ran. Ich finde mich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Fokus ist wieder zurück. Fokus ist wieder zurück. Du bist. Er ist weg. Finischt. Finischt. Streichend. N-n-n-n-n-n! Watch out! Silence! You're strong at the floor. Focus. Fun! Say Maa! Die sollten mich doch verarschen! Oh, es bleiben jetzt... Es bleibt jetzt bei zwei erst mal. Das ist halt wirklich die Würste. Ja, ich... Komm schon, komm schon, roll weg. Oh, da kann die auch werfen. Ach, da gefällt die. Ja, den machst du ja auch gleich. Wenigstens einen jetzt auch noch wieder wegkriegen. So gut. Geh weg! Zum stürt der Fokus gar nicht, das ist so blöd. Umstirb bitte. Ach nee, ne? Nee, Leute. Also ganz ehrlich. Nee, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Das ist doch jetzt nicht mehr... Ist doch nicht mehr schön. Fünf Minuten hast du gesagt, ist noch nicht um. Spiel. Nee, 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 nee. Ich kann nicht mehr, reicht. Ey, das ist doch... Ganz ehrlich. Das Spiel ist wunderschön, mag ich. Atmosphäre, bla, du rennst da eine halbe Stunde mit deinen Gehirndingern da und Stimmen durch die Wege. Und jetzt kommt ein fucking Gegner nach dem anderen. Und jetzt kommt ein fucking Gegner nach dem anderen. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Das ist auch wenn das letzte Kampf ist. Selbst für den letzten Kampf ist es komplett übertrieben für das Spiel. Nein. Siehst du, fünf Minuten wegkommst. 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 Ich habe dich noch einen Punkt.